Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen und dazu habe ich auch die Anfrage gestellt. Müssen wir nur gucken was da jetzt genau drin ist. Ich sollte zwei Stück bekommen und zwar ist das ein Controller von Easy SMX. Da hatte ich schon mal einen Controller vorgestellt. Mit dem war ich auch sehr zufrieden. Der hat nur das Problem dass meine Katze den USB Stick für den PC angeknabbert hat und der jetzt nicht mehr funktioniert. Ich habe verhessen mir das Messer rauszuholen hier. Und da ich jetzt eine Switch habe und noch einen neuen Controller für den PC brauche, wo die Tasten vernünftig drauf sind, weil mit dem ich nehme jetzt immer meinen Playstation Controller aber wenn dann da im Spiel steht A drücken B drücken. Ich komme damit komplett überhaupt nicht klar. Ich musste doch den Controller sehen, weil ich habe den Xbox Controller nicht im Kopf. Und genauso gut habe ich auch mit einem Adapter den Playstation Controller an der Switch. Funktioniert recht gut aber wenn die Tasten halt nicht so, es ist schon was anderes wenn man den Original oder einen Controller der hat der für das Produkt ist. Wenn man dann mal rufguckt und wenn da auf dem Bild steht drückt die Taste und du überlegen musst welche Taste ist denn das. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen zugequatscht, weil ich habe es jetzt hier nur schnell rausgezogen. Kann man hier auch so machen und dann hier schön rausziehen. Das funktioniert recht gut. Müssen wir mal gucken wie wir das hier aufkriegen. Ne, wir müssen das so aufmachen. Achso, dann müssen wir das erstmal hier noch rausklappen. Oh, das ist ein schöner großer USB-Stick, das ist super. Also hier haben wir schon mal einen größeren USB-Stick mit bei. Der letzte den ich hatte beim anderen Controller, der war etwas kleiner. Ich habe hier einen USB-Stick mir hingelegt. Hat die Katze gerade noch runtergeschmissen. Der letzte war etwa so groß. Und so, müsst ihr euch das vorstellen. Das hier ist dann im PC drin und das hat die Katze angekaut und dadurch ist der dann Uffi Young und hat nicht mehr richtig funktioniert. Welche Katze es war? Tigger natürlich. Hier haben wir, sieht aus wie ein Druckknopf, aber ich denke das nur optisch. Wir packen das mal alles aus. Ich werde dann auch die nächsten Tage, beziehungsweise morgen, wäre jetzt schon zu spät, am PC testen. Hier haben wir eine rote LED dran. Das ist halt nur ein stylisches Element. Ich glaube auch nicht, dass das leuchtet oder sowas. Nö, glaube ich nicht. So, packen wir das mal kurz zur Seite. Spielstick. Dann haben wir ein Heft in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Español. Könnte Japanisch oder Chinesisch sein und Russisch. Deutsch ist Seite 8. Ja. Oh. Oh. Das erste Mal, dass ich ein Anleitungsheft habe, wo die Schrift groß genug ist. Das ist schon mal positiv. Weil sonst sind die Dinger mal so klein geschrieben, damit du nichts siehst. Ja, dann halt hier nochmal, ob man zufrieden ist. Sing up 100. Ne, 10 Dollar. Hier kann man 10 Dollar zurückkriegen oder so, wenn man keine Ahnung was macht oder sich registriert oder so. So, dann haben wir hier nochmal ein USB. Ich muss mir echt demnächst auch nochmal ein USB-Kabel kaufen. Mir gehen meine USB-Kabel aus. Keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ich hatte immer so viele. Ah, leck. Mit Stecker 80cm. Also mit dem großen und dem kleinen Stecker sind es 80cm. Wir haben hier ein USB-Kabel. Sieht man das? Ja, USB-Kabel. Das ist schon mal positiv. Das heißt, schnelle Ladezeit. Ich mache das nochmal provisorisch zu, damit das hier nicht rumflattert und besser aussieht. Und dann haben wir hier das Herzstück. Den Controller. Oh, der fässt sich aber gut an. Also da haben sie auf jeden Fall von Playstation mit ein bisschen was dazu genommen. Oh, der hat hinten so Knöpfe. Das hätte ich gerne hier gesehen. Also fässt sich... Also muss ich jetzt mal so sagen, vom ersten Eindruck fässt der sich sehr gut an. Und wir haben... So. Könnt ihr das sehen? Ich zoome euch mal ein Stück ran. So. Wir haben das Steuerkreuz wie beim Xbox-Controller üblich unten. Den Analog-Stick oben. Einen unten. Und die Knöpfe. Sehr dunkel gehalten. Und die Knöpfe seht ihr das? A, X, B... So. Dann haben wir hier nochmal Knöpfe und hier. Und wenn wir den in der Mitte drücken. Sieht das nicht geil aus? Arms beim Zocken bestimmt richtig geil. Und vor allem siehst du denn richtig schön welchen Knopf du drücken musst. Finde ich super. So. Wir machen aber erstmal wieder aus. Ich hoffe der geht wie der andere Controller damals. Ja. Ihr drückt halt und dann geht's aus. So. Dann haben wir hier den... Mode und den Startknopf. Und hier haben wir Back oben. Hier oben Back. Und unten ist Turbo. Turbo kenne ich von den Playstation 3-Controllern damals noch. Da gab es auch so einen Dritthersteller-Controller. Da hat man eine Turbo-Funktion gehabt. Da konnte man dann zwei Knöpfe gedrückt halten. Oder einen Knopf gedrückt halten. Und den Turbo hat den entweder immer wieder gedrückt oder gedrückt gehalten. Das war zum Beispiel gut bei Trophäen. Wenn man halt viel schießen musste. Einfach Turbo und dann lassen. Oder bei Red Dead Redemption. Ne Quatsch. Bei Darksiders war das. Reite so und so viel. Ja. Da hast du halt dann halt Turbo gemacht. Damit die gedrückt gehalten wird. Mit einem Gummi. Das so festgemacht. Einmal über den Controller rüber. So. Mit so einem Haargummi. Damit der einen engen Kreis macht. Und dann konntest du in der Zeit was wie sich Haushalt machen. Oder was einkaufen wollen. Und der Pferd ist dann halt bei Darksiders im Kreis geritten. Und du hast dann halt deine Trophäe gekriegt. Unten haben wir da nochmal Beleuchtung. Denke ich mal. Und Vibration. Das werden wir gleich mal testen. Wir haben ihn jetzt angemacht. Na vielleicht funktioniert das ja auch nur wenn der mit dem USB Stick verbunden ist. Mach ich da aus. Wir haben oben noch den USB C. Und das fragt euch was das ist. Ich denke mal. Ohne jetzt die Anleitung zu kennen. Das ist eine Vorrichtung. Dass man so eine Halterung befestigen kann. Wo man sein Handy hier ran machen kann. Wenn man halt. Ja wie heißt das bei der Xbox. Ja wenn man halt auf dem Handy weiter zocken will. Dann haben wir hier die Tasten. R, B und R, T. Wo verkehrt rumgeschrieben. Warte mal. Ich muss die Kamera ein bisschen einpegeln. Da jetzt. Das ist halt gut wenn man von so guckt. Also praktisch. Wenn ich jetzt den Controller so halte. Und hier rauf gucke. R, S, R, T. Ich zeig es euch nochmal. Dann sieht es halt nicht mehr spiegelverkehrt aus. Dann kann man hier richtig gucken. R, B, R, T. Also wenn man sich an den Controller neu gewöhnt. Ist das halt richtig schön. So. Dann haben wir. Hier unten auch nochmal. Einen M4 und einen M3 Knopf. Ach der ist ja doppelt. Okay wir haben. Wir haben nicht nur einen Knopf. Wenn wir nach außen machen. Nein wir haben auch wenn wir nach innen machen. Auch einen Knopf. Also das heißt praktisch. Wenn ihr den so haltet. Ich versuche mal das vernünftig drauf zu kriegen. Ja. Könnt ihr dann praktisch. So benutzen. Oder. Hier oben. Für zurück. Und welche Knöpfe. Wo man halt nicht so oft hin muss. Kann man dann halt hier auch nochmal. Knöpfe belegen. Also haben wir praktisch nicht nur. Zwei Knöpfe auf der Rückseite. Wir haben im Prinzip. Vier. Zwei links. Zwei rechts. Und das ganze Rückenteil. Ab hier. Bis hier rum. Ist so ein bisschen geriffelt. Und feste ich sehr gut an. Die Sticks finde ich jetzt. Mit der flachen Variante. Aber da ist. auch Anti-Rutschzeug. Also man rutscht nicht so schnell runter. Aber hier würde ich mir. Eine Vertiefung wünschen. Aber das ist wirklich Meckern. Auf hohem Niveau bis jetzt. Eine Vertiefung wünschen. Und vielleicht die noch ein Stück größer. Ein Stück größer. Damit sie für dicke fette Hände. Wie meine jetzt hier. Auch gut sind. Aber so. Macht sich das echt gut. Und liegt echt. Gut in der Hand. Muss ich so sagen. Auch. Im Vergleich. Dazu. Dass ich Playstation Controller gewöhnt bin. Liegt der wirklich. 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 Gut in der Hand. Aber wie gesagt. Jetzt auch erst mal. Mein erstes Betrachten. Mein erster Kontakt damit. Ich bin mal gespannt. Wie er sich denn beim Zocken schlägt. Erstmal. Also. Wenn wir halt. Kein weltbewegendes Spiel spielen. Pummelpatel. Kann aber auch sein. Dass ich mit Rudi schon. Die sind Haunted. Die sind Horrorspiel. Anzocken werde. Und dass ich den dann benutzen werde. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ich bin schon mal sehr 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 gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ich werde jetzt erst mal auch morgen noch das Video machen. Zum ersten Mal anschließen. Software angucken. Weil ich weiß nicht. Ob es eine Software hat. Ich muss mir die Anleitung erst mal durch gucken. Und. Ja. Dann natürlich. Wenn ich dann ein bisschen damit gezockt habe. Auch noch im Video. Alles klar. Dass ich euch mein Fazit geben kann. Ich hoffe, hat euch gefallen. Der erste Eindruck. Und zwar. Den gibt es hier in verschiedenen Varianten. Steht hier irgendwo drauf. Hier stehen nur Adressen. Aber hier steht halt jetzt nicht direkt drauf. Welche Version des Controllers. Das ist doch hier unten. ESM. 9110. Ja. Den gibt es halt auch noch mit verschiedenen Farben. Und so. Aber immer beleuchtet. Und den hatten sie vor kurzem halt auch im Angebot. Hat ein bisschen länger aus China. Bis hierher gedauert. Sonst. Hätte ich das Video noch zeitgenau machen können. Wo das Angebot war. Aber egal. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020